Jetzt ist Traum dran, komm! Traum, jetzt darfst du! Nein, ich kann das. Ich mache das noch ein bisschen mehr. Aber nur mit BH? Mit dir. Ich kenne das, wenn es gut gehalten wird. Aber das war mal, ich war wenn wir... Guck dir das mal an. Ich war hier im Metallpark und hab mich geduscht. Voll! Ich hab geduscht im Metallpark und da war eine Frau. Ich war da, ich hab so geglotzt, ich musste mal gucken. Ich hatte geglotzt! Meine Augen waren bestimmt so, als ob ich die rausgenommen hätte. Die haben bestimmt getroffen. Die haben so eine Hänge tippen. Die waren bis hier. Die haben hier so... Die kann ich so richtig unterschmeißen. Also die haben hier... Und dann steht die da in der Dünste... Ich stehe da mal einen kleinen Tickchen, ne? Er macht einen. Dann hab ich so einen, so möbeln. Ich hab mich so einen? Ja, aber ich hab mich mit Tätlingen beziehen. Und dann hättest du dich mal hochgenommen. Ja. Und dann hättest du richtig fest, wenn man sagt. So ist das, Mensch. So ist das, Mensch. So ist das, Mensch. Traumkänterst. Traumkänterst. Nee, ich brauch das nicht, Mann. Nee, ich brauch das nicht, Mann. Nee, Mann. Traum... Traumschmeiß ihm mit den Schultern mal nach hinten. Ja, auch schon mal eine. Boah! Nie wieder, Mann. Verricklich.